hallo und herzlich willkommen zur 34 folge von prison architect diesmal wieder bei mir mit pascal als zuschauer hallo ja wir wechseln ja jetzt hin und her wenn ihr die letzte folge gesehen habt beziehungsweise wenn ihr sie nicht gesehen hat dann schaut sie euch unbedingt an in der folge haben wir uns erst mal revue gedacht was alles wieso im live schon gemacht haben und was wir uns wahrscheinlich so geplant hatten dann hat pascal das hier gebaut ist das noch was passiert erst mal dass wir die trakte erst mal an erneuerbare energie anschließen denn wir wollen dass das den ganzen mitarbeiter trakt da neu bauen was ist meine idee da und dazu besten falls das gebäude trüben mit dem pumpkraftwerk und der energie weg machen und hier im nordenturm ganz kurz nach in den norden gehen machen stück da ist ja dieses leere gebäude wo früher die einzelzellen und der rote trakt drin war da sollen neue büros halt eben rein und deswegen sollte da dann auch noch das ist also erst mal die ganzen energiegebäude weg machen so dass wir die sämtliche energie dann erneuerbar erstellen dann irgendwo den pump dingens neu hinsetzen und ja so dass wir eben da dann die büros hinbauen können und hier unten den mitarbeiter trakt dann neu bauen können mit einer besseren raum aufteilen und so fort und auch mit größeren räumen für die mitarbeiter dass sie davon noch besser geht weil das ist ja das wichtigste dass unsere mitarbeiter allzeit bereit sind definitiv was uns letztens mal aufgefallen ist uns fehlt so ein bisschen lampen solarlampen das ist ja schick kostet noch ein bisschen kleiner machen weil wir dann da die ganzen büros dann da reinbauen wollen weil du das da reinbauen willst ich bin dafür dass wir die büros einfach lassen und nur das büro vom psychologen dort reinpacken und vom anwalt weil wenn die hier zum psychologen gehen dann müssen sie nicht zu den ganzen anderen büros und dann können wir das einfach verheftigen sperren das ist besser ich würde es persönlich übertrennen also komplett trennen ja die büros und das einfach wir haben da ja diesen platz da oben da kann man doch einfach für die mitarbeiter mehr platz insgesamt eben machen wir da auch noch platz haben deswegen naja was willst du da noch für mitarbeiter machen ich meine du hast einen personalraum ja aber das merkt viel mehr kann es auch nicht machen wir haben noch eine personaltoilette das hast du bei den meisten gefängnissen bisher auch nicht also in denen die zumindest die wir gebaut haben ja ich finde da kann man schon irgendwas schönes machen viel weiter aber das wird noch ein paar folgen dauern schließlich als priorität genau ich habe mal geschaut hier es haben ja einige heftige beschwerden ich meine es sind einige eingesperrt das ist ein großer faktor wegen der gefahr ja ein bisschen grunddurchlos durchsuchen ja gut das hast du halt immer ne schlaf fehlt einigen gut das sind wahrscheinlich die in einzelhaft ne hygiene 41 ablegen sind wütend ich glaube zwei stunden dusche drei stunden drei stunden am tag duschen dürfen frühe zwei stunden abends noch mal eine stunde dürfen sie duschen und die dusche findet doch gleichzeitig statt weil jeder traktor seine eigene dusche deswegen ist es ja nicht das problem warum haben wir hier eigentlich arbeit einsperrt zeit die die keine arbeit haben soll ich den ganzen tag einfach frei haben soll nicht so nachdem man eingesperrt das macht aber halt auch faktor und die mit niedrigen sicherheitsstufe die haben mehr frei mehr arbeit freizeit und weniger arbeit einsperrt sei insgesamt ja gut als anreizsetzung wir können uns aber auch auf arbeit freizeit bei den niedrigen können wir auf arbeit freizeit komplett umsetzen bei den mittleren würde ich machen ja zwei stunden arbeit oder machen die gesamte untere hälfte arbeit einsperrzeit bei den mittleren und bei den hohen genauso also dass wir auch unten arbeit einsperrzeit haben und oben arbeit freizeit oder so ja naja machen wir so dass sie freizeit mal lieber so dass sich niedrige mittlere und hohe nicht in die quere kommen beiden freizeiten ich glaube das wäre sinnvoller also wenn dann wenn dann könnte ich das so machen warte nein doch gott so so dass das das also das kann ich machen aber ich bin jetzt nicht in die quere kommen das geht nicht ich überlege gerade weil die hohe die hofzeit haben wir schon aber was sind jetzt die heftlings bedürfnisse die am wichtigsten sind neben hygiene sonst irgendwas wo die sich drüber aufregen gerade ordentlich hygiene training fehlt halt ein bisschen na gut das müssten seid einfach machen familie ist noch ein großer punkt luxusgüter literatur literatur das sind das mit viel rot das mit viel gelb und orange ist nicht so schlimm aber es gibt vor allem das mit viel rot also da ist hygien tatsächlich das schwierigste sonst noch training und familie aber gut trainingsraum haben wir ja im ordentlichen weswegen besucherräume haben wir zwei ja und bewährungsräume auch zwei ich würde jetzt nicht noch einen bewährungsraum im besucherraum machen also zwei besucherräume reichen eigentlich vollkommen aus sollte ausreichend aber ich meine wir haben auch 120 heftlinge 22 für mich warten auf ihren besuch hier zum beispiel von 8 bis 20 uhr ist das oder wir machen dass wir da unten wo jetzt aktuell das ganze mitarbeitertragzeug ist dass wir da vielleicht noch das schaffen noch einen weiteren so einen zwei oder vier räume hinzubasteln so dass wir dann vier bewährungsräume und vier besucherräume und unten zwei bewährungsräume hinpacken und hier oben nur vier besucherräume haben ja aber das ding ist wenn du jetzt unten wieder irgendwelche besucherräume oder so hin packst dann hast du halt wieder dieses dass du das die heftige hier rein müssen das ist das könnte es doch machen dass das ist das das ist dahin bauen wo jetzt das das energiedingens da ist das häuschen dass wir da diese räume hinbauen und dann den den trakt von den mitarbeitern jetzt danach ein bisschen dann südlich davon bauen erst also dass da dass der dem erst die mitarbeiter an dem an den bewährungsdingens dann vorbeilaufen müssten und dann da unten in den trakt reinkommen würden für eher ganz mitarbeitern das würde ja vom platz immer noch reichen also das das ist praktisch hierhin packt die so ungefähr da in das areal also das ist ja die da kommst du ja da rumtaut erst mal die räume das wollte ich ja eh machen also nee nee dass du da die zwei bewährungsräume hinbauen und oben dann alles vier für besucher machen dadurch haben die dann mehr familie da können wir das bedürft schon mal anheben also ich ja wenn du darum baust ich mache da gar nichts und wenn es dann wegen dir mistig läuft dann bist du auch schuld ich will nicht kann die wenn wir gerade die heftige bedürfnisse hatten was mit den personalbedürfnissen gibt es irgendwo ja oben da oben nein gehen wir auf die bedürfnisse die bedürfnisse da oben in reiter personalbedürfnisse ruhe essen essen die haben die haben ihre kantine oder so daher naja also da war da war nur das problem halt mit der mit der toilette manchmal das läuft aber jetzt gut also wir dürfen das sind super ja könnte jetzt hier beim komfort noch ein bisschen was machen das würde ich jetzt aber nicht machen das würde ich dann erst mal umbauen also jetzt da noch großes geld auszugeben weiß ich nicht oder was sagst du ja gut ansonsten wir können wir abbauen wäre neu rein kaktus gibt es ein pflanze pflänzchen werden sie haben sie schon getränkeautomat auch die haben keine koffe maschine nein und auch keine radio unglaublich alles gibt keine boni steht ja immer dafür was die boni geben jeweils drehstuhl schlafzahn und zelle bleiglas fenster ich finde es interessant dass die immer ein neues zeug hinzu durch bleiglas kann es ja nicht wirklich durchschauen ja aber es verbessert anscheinend trotzdem das da ist das licht rein aber ja wir haben halt solche fenster ja also gitterfenster kann vielleicht auch mal austauschen ist aber auch nicht priorität ja wir wollten ja was schaffen richtig strom so ist es ist es ist halt die frage wie viel bringt jetzt so eine solaranlage sozusagen würde es mal alle anschließen dann einfach mal schauen ob es klappt das ist nicht schlecht aber nicht direkt anschließen muss erstmal wenn das alte abkappt sind vorher und trotzdem akkumulatoren hinstellen das sowieso we need batteries ist natürlich ungünstig dass das direkt dran gebaut hast hätte ich dir sagen müssen wieso kann man nicht mit rechtsklick das item weg das nein das ist doof meine güte wir brauchen strom und da haben wir dann folgende verteilung da geht hier strom hin da geht da strom immer sich da unten lang die sind doch da die sind doch da über den gang da verbunden macht einfach den durch die durchgehende leitung da unter dem gang guck mal das ist doch ich würde das ich würde das schon so machen weil wir dann hier wieder auch die einfach die netzschalter dran bauen können das war ja hier oben immer so ein bisschen schwierig mit dem hin und her weißt du ich meine ja oder macht seitdem so wenn ich jetzt so sinnvoll ja dann machst du genau dann brauchen wir auch die verbindung die verbindung deine gänge dann nicht mehr weil sonst präsentiert er nichts aber sonst sind ja trotzdem trotzdem verbunden dann alle ist das dann müssen dann da die kabel rausreißen sonst würde das nicht bringen ja da oben müssen ja da oben kommen die kabel raus das ist richtig so wir haben hier auch direkt eine abkapselung weil dieser zellenblock der ist ja nicht irgendwie verbunden oder so das heißt wir können hier dann einfach mal ganz kurz den strom ausschalten da abgekapselt und dann können wir das hier theoretisch dann auch schon mit verbinden schön ist was anderes doch noch das macht da oben hin und macht die anbindung des stroms an die einzelzellen macht ihr auch von der hauptleitung da unten weil es ist auch noch ein kabel nach oben ziehst und das für den boiler hier die so versorgen das ist ja er macht dann macht da oben entscheid einfach hin und dann hast du noch extra schon für ein boiler das reicht ja das ist ja bestimmt eigentlich auch wieder und für die einzelhaft den strom da habe ich auch noch mal eine leitung jeweils immer hochziehen also dass da die lampen hat eben auch strom die leitung wenn die diese einfach hier verbunden ist er war ja eigentlich das seitlich ich weiß nicht mal die einzelne vielleicht die extra abdrehen möchte noch und extra schalter oder so ja wir machen aber so zeit ist arm dann rüber dann immer so ein seitenarm ok das können wir allgemein gemein der versorgung ändern dass das hier das hast du auch das baum wasser glaubt ja ich weiß nervig außen ist es meint regelt die mit dem schneider durchkommen ansonsten bis gleich auch mal tür servus einbauen an die stellen naja dann bräuchten wir hier mehr dinge naja aber wenn wir da neu bauen können wir natürlich auch mehr türkontrollsystem dinge hinbauen wir können da auch mehr türkontrollsysteme hinbauen das ist jetzt nicht das problem das ding ist wir haben hier ja platz wir haben platz hier ja eigentlich brauchen wir da kein neues gebäude oder so was du da erzählst es wirkt 19 mal der tetris gibt einfach nur irgendwie räume da aneinander geklatscht wie es gerade ich finde das ich finde das gar nicht so schlecht und du hast doch trotzdem noch dieses eingeteilte so ja okay das hier ist jetzt nicht so schön es ist immer noch so ein bisschen das drüber so da mal raumdrehen klatscht da so ein traumdrehen geklatscht irgendwie ja so es funktioniert aber man kann es besser machen besser geht immer so genau die haben dass das reißen ist gerade das ja ab das heißt wir setzen jetzt hier die verbindung hin dass sozusagen immer der linke akt hier sozusagen der linke einzelhaft trakt mit dem hauptstrang von dem trakt rechts von ihm verbunden ist dachte ich jetzt zu mir so als system ja macht das so mit das ist so ein fügel dann trennt vielleicht schon mal die trakte alle strom technisch voneinander jetzt schon mal wenn ich jetzt ach du meinst ist das hier einfach nur da unten die leitungen die im gang liegen die ganze schon mal rausreißen ja dass die trakte voneinander stromtechnisch erst mal getrennt sind und dann die warmwasserleitungen wir denken immer wieder neu bauen ja ist halt so in der unten nicht schon war warmwasser das beim war muss halt so mit denen sehen immer nur so verrückt aus deswegen verschoben wenn sich der fliege auch wieder denken was bachen die denn da ja im gang tun sie ganze die ganzen boden aufreißen welche leitungen da neu einbauen du aber gut die heftlinge werden nichts merken die werden aber nur strom aus erneuerbaren energien haben und wir stauben zuschüsse die sonne nicht gut guckst heißt die solarpaneele machen gerade keinen strom deswegen sind die akkus auch alle leer war die einzelhafte unter keinen hat keinen strom gerade ausnahmsweise naja klar weil die verbindung ist ja das sind so kleine einschränkungen die passieren halt eben mal aber sollte eigentlich nicht vorkommen sollten wir ein fenster in die einzelhaft einbauen ja über die toilette in den fenster haben kann man machen wer macht ein gitterfenster hin in unserem gefängnis blüht der schmuckei toll wusstest du das was nee also sorry keine ahnung und die einheit die heizung hat da kämpft warmwasser passiert seit umbau arbeit da kann sowas mal vorkommen dass da mal ein paar leitungen nicht ganz liegen sie sollen ja aber den schon strom fließt schon durch die leitung die einzelhaftzeiten wie sich da mal kloppen müssen da müssen wir noch deaktivieren versorgung so hier also ja hier fließt jetzt strom sozusagen und das würde ich einfach mal probieren jetzt kein strom hat ne strom ist ganz schön anschließend weil ich da ja genau stimmt natürlich soll die leitung an dann kriegt der war muss aber schon mit recht den neuen erneuerbaren strom so und dann können wir das hier aus da wird es da dunkel strom und hier an die strom so kannst du mal auf den auf das umspannwerk drauf haubert und da müsst ihr darstellen was der strohüberschuss gerade ist also ob es da aktuell gerade gut aussieht oder nicht das ist einfach die batterien wenn die aufladen also ja dann können wir sogar was explodieren okay also das passt also ein wenn ein zellentrag 59 das sind auch nur lampen ja lampen verbrauchen halt echt nicht viel die metall direktoren noch da stand gerade was von 5.000 und frei verfügbar 4900 oder sowas irgendwie ja energieproduktion ja ja das ist ja das ist ja nicht die das ist ja nicht die maximal als umspannwerk selber produziert er keine energie das nimmt ja die energie das wollen die ja nur um ja klar 5000 das heißt er kann 5000 energie um das heißt müssen wir schauen nee warte mal nee das ist ja das was gerade produziert wird das ist ja das was wirklich gerade produziert wird das ist ja wirklich schon das was gerade produziert wird also die solar sind ja dranhängen die produzieren gerade 5000 korrekt und davon sind 4000 irgendwas überschüssig aktuell würde ich gerade alle auf maximum laufen die dinger bei sonnigem wetter so das kam noch mal nicht angeschlossen weil du so 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 netzschalter da also ich bin das ist wesentlich schöner als das was wir da oben alles herum gewurschelt haben da haben wir die leitung und das waren was er wieder oh da hat wohl jemand drogen angebaut das war ein paar das ist ja tatsächlich mit dem golden creed auch möglich dass die dann ja normales zeug anbauen was anbauen sollen sondern auch mal eine marihuana pflanze dazwischen haben aus versehen natürlich versteht sich ja außer sehen die falschen samen benutzen ist aber auch schon wie wir hierfür die einzelzellen und so fort und für die dusche von den niedrigen extra warmwasser und extra warmwasser bei der anreichend auch nicht packten die angeschlossen haben es hat man hat irgendwie vom druck wahrscheinlich nicht gereicht in dem fall aber ich meine waren was du gebaut waren was aber er war schon immer in deine verantwortung ist auch richtig ich finde es interessant zu sehen haben eigentlich beide niedrigen warmwasser in der dusche oder nicht ich dachte gerade es hätte nur einer von beiden warmwasser das hat mich gerade ist der berater oben wasser duschen das wäre schon ein bisschen gemein so das könnte auch mal ein bisschen einheitlich aussieht hier so kriegt die einzelhafte erstmal kein strom aber die einzelhafte ist jetzt auch nicht priorität nummer eins ne ja ich meine es sollten eigentlich genug wachen rumlaufen dass die die türen mal aufmachen könnte man zumindest denken uns aber nicht dann können wir hier die verbindung setzen können wir hier die verbindung setzen können wir hier die verbindung setzen jetzt sind ja alle aus ist jetzt kann nichts passieren genau also wer den netzschalter nicht kennt das ist halt einfach netzschalter also der schalte sozusagen einfach strom durchfluss an und aus bei beulern treffen lassen wir aufeinandertreffen dann gäbe es einen kurzschluss da alles wäre und bei beiden strom kressen laufen nicht so funktionieren muss die neue anschalten die beulter würde ich hier einfach mit anschließenden den trakt irgendwie drei getrennte boiler für die drei unterschiedlichen trakte irgendwie da ansonsten aber die beulter nebeneinander gestellt irgendwie genau naja hier oben hin sozusagen einfach für die heizung und hier habe ich das verbunden notdürftig damit der druck erreicht ja eigentlich müsste man halt hier unten ist ja noch einer ach ne die stadt egal dass wir dann wirklich die trakte da auch wieder alle irgendwie einzeln haben weil irgendwie läuft das jetzt alles gerade irgendwie schief weil irgendwie sind die leitung irgendwie nach überall wasser weil ich glaube am anfang ist das thema immer damit einfach rum gepfuscht weil der druck irgendwie hier und da nicht ganz gepasst hat und irgendwie und jetzt fällt da überall warmwasser aus gerade irgendwie ist aber hat der warmwasserbeule dafür dazu schon jetzt gerade keine naja hier ist abgerissen aber hier noch nicht gebaut ich versuche gerade zu verstehen ich versuche gerade zu verstehen von wo jetzt wo strom kommt ach da oben der dritte warmwasserbeule der ist für die küche noch extra okay da habe ich da unten mit hingebaut den warmwasser so es sieht schrecklich aus ja was kann das warmwasserbeule der hat sich da war wirklich ein profi am werk das muss ich die nächsten folge auch nochmal irgendwie ändern mit das warmwasser management so genau hier wird jetzt abgerissen weil das kann weg hier wird ein netzschalter hingebaut damit wir die trakte abkoppeln können und hier unten aktivieren mitten auf den weg einen netzschalter ja was willst du machen das ist nur ein terripses der kommt ja wieder weg weil die leitung ja eh nicht gebraucht wird naja klar die leitung kommt dann gleich weg aus jetzt ist hier doke jetzt fällt erstmal einigen trakten der strom weg ein einschalten aber warte mal jetzt waren die anderen beiden dinger gleich auch mit an ja weil die hier oben noch verbunden sind und jetzt können wir hier das ganze ding abreißen wofür diese verbindung ist weiß auch keiner in der notverbindung falls mal irgendwie auch guck mal davon eine bohrmaschine cool ich glaube die verbindung hat hat man gemacht einfach für den fall dass da mal irgendwie falls strom irgendwie ausfällt oder mit strom notlager oder was umstöpseln müssen mal kurzfristig einfach eine netzschalter aber kurz haben umzustöpseln überlastung oder sowas jetzt wird das alles abgerissen das ist natürlich kein strom mehr das heißt wir schließen das auch mit hier an das ist aber den warmhaus anschließend alles erst mit der riems mäßig das wird dann irgendwann ordentlich neu gemacht ja irgendwann ne so warte mal ich reiße das hier auch mal ganz kurz ab aber ich bleibe hier in dem modus damit ich das nicht gleich wieder vergesse die da wieder hinzubauen deshalb mache ich das mal ganz schnell so hier ich finde es schon ein bisschen nervig dass man das nicht einfach einzeln machen kann dass man nicht nur keine ahnung wasser und nur stromleitungen gerade die warmwasserleitungen ja warum sind die so halb irgendwie auf einem kästchen man weiß nie in welchen die jetzt genau sind das ist schlimm einfach damit diese mit den kaltwasserleitungen nicht überlagern dass man sieht da okay das warmwasser und das kaltwasser gleich das ist trotzdem nicht ganz eindeutig das ist mir schon nervig so strom funktioniert jetzt hier nur wasser gerade nicht ja nur wasser es ist aber eh gerade keine duschzeit also eh egal naja bisschen tabak aber ja durch die hunde finden wir glaube ich was ist denn hier los es ist ja unermesslich mit dollen freiheit ja freiheit familie das familie das gehen wir dann ja an aber erst mittelfristig nicht kurzfristig training training könnt ihr doch theoretisch auf dem hof machen theoretisch auf dem hof haben sie so ein paar geräte wie oft habe ich dieses bild schon gefunden zu häufig das ist dieses eine standardbild hier junge der wird gerade freigelassen ja und dann greift er erstmal die wachen an einzelhaft geschafft yay erst mal angreifen naja aber gut was willst du machen ne das ist sorry wenn er sich dachte seine einzelhaft zeit noch mal nicht mehr nehmen kann und sich und die ihn befreiende wache angreift also da ist irgendwas schon schief gelaufen im leben ja so dann kannst du nur mit einzelhaft gegenwirken ist halt so genau hier fehlt hier fehlt zum beispiel gerade der druck das war so eine sache aber warum was das pascal ist aber das interessiert mich nicht ja warum wasser wird neu gemacht da könnte man halt sozusagen einfach hier sozusagen ja eigentlich könnte man hier den boiler hinstellen und dann die beiden heizungen nur versorgen dann passt das da aber vom druck nicht mehr und es ist schwierig das macht pascal dann ja aber ich würde sagen das war es noch von meiner folge hier ich schicke das gleich wieder rüber zu pascal ich habe hier jetzt das ganze bei mercedes zusammen das ganze ding hier geschafft der hat immer noch einen überschuss von 4000 das ding ist irgendwie kann man auch solarzellen selber produzieren aber wie das genau funktioniert das weiß ich halt auch nie das holz hier ey das ist räumt mich ja für euch und euer holz aber halt einfach so vier tische voll mit holz überall auf dem boden liegt holz 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 ganz viel holz so wird repariert genau das war doch der typ der gerade entlastet naja genau der da als er seinen Türen zerstört und jetzt ja wurde ausquartiert was ich mal eine frage hätte was machen die hier wahrscheinlich ist das freizug das ist allgemein auch raum da warum ja wie kommt der überhaupt dahin da gibt es gar keinen zugang eigentlich zu dem raum da unten doch hier personal aber aber nur personalzauntore gibt es da hm hm ist interessant dass der arbeitet was die halt so machen ne ja es sind niedrige also weiß nicht ja ist nicht so gefährlich bei hohen würde ich mir mehr gedanken machen aber so äh was ich noch ganz kurz machen würde ist ähm ein paar sportgeräte auf sich stellen dann schicke ich Pascal das hier gleich das mit der abmod und so ja hm so dann bauen wir einfach hier noch obwohl ne pass auf machen hier noch so ein paar Sandsäcke hin und äh ja pass auf packen wir noch ein paar Handelsständer hin wir haben da eine Handelbank auch keine Handelsständer aus die können vielleicht doch nicht gar nicht handeln ich glaube schon dass das geht damit du jetzt eine Handelsständer noch holen musst hm keiner weiß es was machst du gerade ne Tartanbahn oder was ja da können sie mal rennen völlig unkreativ aber ja na gut dann würde ich sagen was ist aber von meinem Part hier ich wollte noch einen wunderschönen Tag übergebe das Gefängnis mit einer äh Gefahr enormen Gefahr und ähm ja wir sehen uns nächste Woche wieder oder mal gucken vielleicht auch wenn die Folge Montag kommt auch vielleicht schon Dienstag mal schauen tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal